0,55. Das kotzt mich an. Das kotzt mich derartig an. Komm, habt ihr einen Führerschein, dann lasst ihr euch volllaufen und setzt euch ans Steuer. Erst gestern hat einer von eurer Sorte auf die Art und Weise seine Freundin umgebracht. Die saß daneben, als er mit 100 Sachen am Baum ist. Ich hab ihn nicht gesehen. Ach, sie hatte nur ein Bier. Ja, und sie hat nichts gegessen. Ja. Und gestorben ist der arme Fußgänger vermutlich ein Altersschwecher, was? Ist was. Ist nichts. Verstehst du doch eh nicht. Das süße kleine Mädchen ist traurig. Es will Mami und Papi nicht verpetzen. Und deshalb muss das süße kleine Mädchen auch bald wieder gehen. Dann lass mich doch in Ruhe. Ich hab keinen Bock mit denen zu labern. Gruß an Mami und Papi. Das ist der blöde Wichser. Was ist? Das ist Wasserfarbe. Der Sack hat dir scheiß Wasserfarben verkauft. Was? Aber ich dachte... Mann, ich kenn mich mit dem Scheiß auch nicht aus. Ich kenn mich mit dem Scheiß nicht aus. Ich will. Ich muss heulen. Ich bin da. Ich bin da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017